Sehr geehrte Reisende, herzlich willkommen auf der Linie RB5 nach Fulda. Der Nordhessische Verkehrsverbund und Cantus wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt, Kassel-Vilhelmshöhe. Dieser Zug hält zwischen Kassel-Vilhelmshöhe und Melsungen Unwengungs-Karren. Nächster Halt, Melsungen Unwengungs-Nächster Halt, Malsfeld, bitte achten Sie auf Ihr Spalt zwischen Fahrzeug und Malschnellkette. Nächster Halt, Malsfeld bei Sofort. Nächster Halt, Morschen, Alt-Morschen, bitte achten Sie auf den Spalt zwischen Fahrzeug und Malschnellkette. Nächster Halt, Arlheim-Henbach. Nächster Halt, Rothenburg an der Fulda. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte achten Sie beim Aussteigen auf die Hülle der Malschnellkette. Nächster Halt, Malsfeld, Ausstieg in Fahrzeug und Malschnellkette. Nächster Halt, Rothenburg-Listenhausen. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte achten Sie beim Aussteigen auf die Hülle der Bahnsteigkette. Nächster Halt, Malschnellkette. Nächster Halt, Malschnellkette. 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 Nächster Halt, Rothenburg-Listenhausen. Nächster Halt, Rothenburg-Listenhausen. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte achten Sie beim Aussteigen auf die Hülle der Bahnsteigkette. Nächster Halt, Matthiasfeld. Malschnellkette. Ausstieg in Fahrt Richtung links. Nächster Halt, Traumetal-Neukerfien. Ausstieg in Fahrt Richtung rechts. Nächster Halt, Burghau. Doch, everyone nice here is a dessert. Nächster Halt, Garnie. Hmm. Redaktion. . advisory. Waren Sie das Bred人 Marinesit? On- similarly look. First S Жаль. Rock on supply list. Vielen Dank.